Also ich bin der Koko, bin 21 Jahre alt und führe Projekte, die auch mit Vielfältigkeit was zu tun haben. Da geht es darum, dass ich den Leuten eine neue Freizeitbeschäftigung gebe, zum Beispiel das Tanzen, sei es auch andere Freizeitbeschäftigte. Die Leute sollen nicht auf der Straße zum Beispiel chillen, sondern sie sollen auch sich mit Sachen beschäftigen, sei es in dem Bereich Tanzen, Volleyball spielen, Fußball und Tünge, ich glaube das auch zu Vielfältigkeit, weil da lernst du nicht nur das Tanzen kennen, sondern auch wie man sich menschlich entwickeln kann, zum Beispiel durch das Tanzen kannst du auch deinen Charakter verstärken oder dein Charakter macht dein Tanzziel auch aus. Je nachdem, da lernt man auch mit einem anderen Menschen umzugehen, die Kommunikation lernst du, wie man sich auch sozial präsentieren sollte, lernst du. Also da brauchst du nicht irgendwelche Workshops zu gehen mit, was weiß ich, Rhetorik oder was weiß, wie man besser redet kann oder so, da reicht es dir vollkommen aus, wenn du andere Menschen kennen kannst und das gehört für mich auch zu Vielfältigkeit.